Willkommen Herrschaften zu meinem bereits sechsten Let's Play, nein, zu meiner sechsten Aufnahme vom Let's Play State Aris. Wir haben das letzte Mal, wie ihr hier auf der großen Karte seht, einen Nachbarn kennengelernt, den Fax Klanger Pact. Die sind eher nicht so gut auf uns zu sprechen, wir sind Xenophob, deswegen mögen unsere Leute so oder so nicht, aber sie sind Xenophil, das hilft ein bisschen, sie sind auch militaristisch, das macht mich ein bisschen ängstlich, und sie sind ein Federation Builder. Das ist gut. Sie mögen keine Expansionisten. Ähm, ja, während wir ja Materialisten und Xenophob sind, naja, kann man nichts machen. Gut, ähm, mit denen können wir jetzt nicht wirklich viel anfangen, weil ich wüsste jetzt nicht, was wir mit denen machen sollen, deswegen würde ich fast sagen, machen wir die Pause weg. Also, was ich gerne machen würde, was ich gerne machen würde, mit denen wäre ein Research Abkommen. Immerhin sind wir, ähm, immerhin sind wir, ähm, Forschungsaffin. Also, durch unsere Surveys, of habitable worlds, our biologists have collected a vast amount of data on alien lifeforms. Many of our older theories on the development of life have been disproved, and our scientific community has had to build new models from scratch. Our most interesting findings are being displayed at the newly dedicated Museum of Exobiology on Kluxnackstab. The public is entrolled, and many donations have come in to aid in the continued search of strange lifeforms. Okay, wir haben also ein Museum für Exobiologie, weil wir haben, äh, glaube ich, äh, wie heißt das? Wir haben, glaube ich, diesen Habitable World Survey durch... Excellent. Hey, wir kriegen Energie geschenkt, das ist wichtig. Die haben wir nämlich nicht mehr. Und, wir kriegen einen riesigen Society Research Bonus. Sehr gut, sehr gut. Und das Ding ist weg. Schade eigentlich. So, was haben wir da eigentlich? Äh, Graveyard Expedition Researching. Ah, okay, da haben wir einen von unseren, von unseren Typen. Da haben wir auch zwei Sachen, die wir uns noch anschauen können, über die Erassiens. Aber, wir haben noch keine Level 5 Scientists, das heißt, das ist noch nicht so wichtig. So, Skantari, Shantari Civilization Encountered. Na, schau an. We have detected the presence of a pre-space alien civilization. Hey, das ist cool. Eine Vor-Weltraum-Zivilisation haben wir gefunden. Also, Atomkraft haben sie schon. Wir haben also quasi die Erde gefunden. The possibility of a sudden self-inflicted extinction event is high. Oh, sie könnten sich gegenseitig ausroten. Das ist ja lustig. We should consider building an observation post above their world to study them more closely. Interesting. Finde ich tatsächlich interesting. Wo habe ich die gefunden? Wo habe ich diese? War die irgendwie? Okay, das sind sehr seltsame Lebewesen. Wo kann ich die finden? Da. Da oben. Das heißt offensichtlich hier in dem System. Das ist blöd. Die haben da schon einen Außenposten. Da können wir keinen Außenposten herbauen. Was soll ich dazu sagen? Jetzt mal gar nichts. Oh, wir sind auf minus 10. Wieso das? Waren wir nicht vorher etwas höher? Oder sind wir deswegen jetzt erst minus 10 wieder, weil wir vorhin schon so weit unten waren? Das wird jetzt wahrscheinlich sein. Gut, das haben wir. A leader has gained a level. Governor Lobuk Umlatika has leveled up. Ist ja schön. Happiness plus 6%. Construction Time minus 15%. Clear Blocker Time minus 18%. Okay. Apropos. Wir haben ja jetzt da einen neuen Team. Können wir da auch einen Governor einsetzen? In Rapptappatapp. Können wir da ja noch einen Recruiten eigentlich. Plus 15% Experience. Food plus 10% Hydroponic Farms minus 20%. Was kann der? Intellectual. Hm, der ist aber gar nicht einmal so schlecht. Aber vielleicht eher für den Heimatplaneten. Gehen wir den auf den neuen und den auf unseren Heimatplaneten vielleicht. Hm. Hm. Da sind Farmer. Hm. Hm, 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 hm. Der Farmer wird immer schneller wachsen. Und dann nehmen wir den. Ja, das kommt dort weg. Und dann nehmen wir noch Klaksnax-Tab. Und geben den drauf. Dadurch produzieren wir nämlich etwas mehr Forschung. Gut, was haben wir da? Construction complete. Das finished its surface construction. Haben wir das. Das ist aber schön. Was haben wir denn? Gepowd. Gepusht. Gepaut. Yay. 2, 3, 1. Hm, da kommt der nächste an. Und mal ein Basic Science Lab. Das passt. Wir haben eh keine Energie mehr, um das aufrecht zu erhalten. Und unsere Science Chips machen weiter mit allem, was sie gerade tun, so. Die erforschen die Galaxie. Hm. 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 Davon haben wir ja mehr ist genug, aber Energie haben wir keine mehr. Okay. Da haben wir nicht allzu viel gefunden. Finde ich interessant, dass der das Ding da so... Ähm, wie sagt man... Wie sagt man... Research complete. Okay. Army Upkick minus 10%. Undocks Bidding Military Academy. New Research. Hm. Diese Sachen sind auch nicht schlecht. Irgendwas, was unsere Undocks Component Energy Siphon... Na, das ist so knächerlich, das brauchen wir nicht. Toxic Kelp und Dance Jungle. Ich würde fast sagen, den Dance Jungle weg. Oder haben wir da was, was er besser kann? Na, Statecraft haben wir da nichts. Hm. Na, machen wir zuerst den Dance Jungle weg. Special Project complete. Okay, the team on the science officer Krütig Übtiker... ...has finished their expedition on Tropalum 3A... ...and returned to the KKK Hullkrab Mezotiks. Also zum Schiebernakel. Thankfully, the starship Graveyard... ...on the surface proved to be a technological treasure trove. Yay. Studying the remains of these vessels has advanced our research in certain fields by several years. And there are yet things to discover. Permanent science outposts in orbit. Orbit would be a great boon to our starship engineer efforts. Oh, und 200 xp's haben wir auch gekriegt. Sehr gut. Und 222 research gained. Yay. Na, das war schon mal nicht schlecht. Das war auf jeden Fall hilfreich. So, warte mal dafür, dass das da noch was machen. So. Haben wir hier schon alles erforscht? Schaut fast so aus. Ähm, na dann. Machen wir weiter. Machen wir mal so. Na, Topalum ist schon ganz nett. Und da in Moskida haben wir immerhin eine Tropical World. Wie schaut denn die aus? Uäh. Nicht so großartig. Schade eigentlich. Was ist denn da für eine Welt? Oh, die schaut besser aus. Aber, das ist eine Ozeanwelt. Die ist größer. Und da müssen wir vor allem da in der Mitte relativ viel mal zuerst erforschen. Außerdem, ich wüsste ja nicht, da könnten wir unsere Basis hersetzen. Oh ja, stimmt sogar. Sicher, klar. Das ist nicht so schlecht, wenn wir die davon nicht wegtun können. Hm. Hm, hm. Na gut. Vielleicht sollten wir noch Torelion ein Ding spawnen. Was ist da? Da haben wir eine Desert. Oder eine Arktik oder so irgendwas. Glacier. Noxious Swamp. Mountain Range. Aber, das wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Nur wenig zum Essen haben wir dort, aber an und für sich nicht schlecht. Da, Herr Bohn. Hm, hm. Nur mal uns überlegen. Wo wir dann das nächste hinbauen. Zuerst sollten wir mal Energie kriegen von irgendwo her. Ich hoffe, der braucht keine Energie, der Spaceport. Achso, das haben wir uns noch nicht angeschaut, weil, da sind diese komischen Aliens. Hm. Da war aber ja vielleicht ein Ding ganz gut. Dann kriegen wir nämlich dieses Energiefeld rein und das, das sollte man vielleicht auch reinkriegen dadurch. Das machen wir vielleicht auch mal. Machen wir einen Frontier Outpost. Dann sind wir fertig. Äh, Surface Construction. Ah. Der zieht weg von hier. Schauen wir was an. Physiklabor. Oder, ja, Physiklabor. Was anderes können wir da nicht hinbauen. Das heißt, wir haben da Leute, die umziehen. Research complete. Okay. Aber mal zuerst eine New Research. Außerdem können wir dann in unserer Hauptstadt unseren Spaceport, glaube ich, verbessern. Gut, ah, da haben wir noch so, achso, warte mal. Das hatten wir doch schon. Achso, nein, doch nicht. Destroyer. Spaceport Level 3. Hey. Uh, uh, uh. Engineering Facilities 1. Und da kriegen wir Teldacrystals. Dann schauen wir uns mal die an, sicherheitshalber, als nächstes. Das war jetzt nicht so großartig, die Forschung dann, aber was soll's. So, klacks, nackst ab. Das Spaceport, den können wir jetzt upgraden. Schauen wir mal. Also Mineralien haben wir ja mehr als genug, aber diese Energie ist ein bisschen mühsam. Seine Chips sind auch versorgt. Boah, Kacks, nackst ab. Das ist schon ziemlich. Völkert. In der Nacht leuchtet das schon ganz schön. Und einen Mond haben wir auch, Schatz. Ist das schön? Hey, eine Anomalie. Oh, und endlich die Kolonie der Zweite. Boah, das war schon sehr wichtig. Die Energie ist uns schon ziemlich abgegangen. So, wo sind wir hier? Zeig mal die Anomalie her. A large amount of ship debris can be found in orbit around this moon. Possibly the remains of some kind of massive fleet action. 22% Failure Risk mit unserem vor Ort seienden Wissenschaftler. Aber riskieren wir das? Aber ja, wir riskieren es. Was kann das? Ah ja, die neue Kolonie. Auch da bauen wir einen Spaceport rein. Das haben wir ja. Dann brauchen wir uns da noch einen Garner rein. Schauen wir mal. Noch einen intellektuellen. Oder machen wir dort lieber den agrarischen. Gehen wir lieber da her. Nein, wir gehen da her. Ja. Und wir brauchen einen Power Plant. Wir brauchen Energy. Das mag vielleicht dumm klingen, aber so ist es. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es geht ja schon was da weiter. Drei Kolonien haben wir schon. System Survey complete. Okay, da gibt es ihre viel Energie. Das ist ja schön. After careful analysis, Science Officer Grütig-Übtiker has determined that the ship debris found above from Irim 8A originates from a single garbage scowl. Some of the debris, but it appears to be completely worthless. Okay, da hat jemand seinen Müll abgeladen. Das war ein Failure. Oh, das ist der erste Failure, den ich je gesehen habe. Das ist tragisch. Ah, sehr gut. Du machst die Werte mit dem, was du vorher gemacht hast. Construction complete. Construction complete. Hey, was können wir da hinbauen? Eine Corvette Assembly Yard. Na, schau an. Damit werden wir mit unseren Corvettes besser und schneller, aber es kostet mich ein Energy. Und um ehrlich zu sein, das bin ich zur Zeit nicht bereit zu zahlen. Der zieht noch immer weg. Hm. Das haben ja alle hier irgendwelche Gebäude dort stehen, oder? Jo. Da wäre so ein Gebäude, was die Energie in den Angrenzenden verstärkt. cool. Gibt es sowas? Oh, Brand 1. Nein, gibt es sowas nicht. Na gut, soll sein. Wenn da die Space Ports fertig sind, können wir dort auch die na, die Energy Grids einbauen. Das wird auch ein wenig helfen. Okay, was haben wir jetzt gebaut? Ah. Was? Wir sind damit fertig. Schauen wir mal, wir haben drei Essen zu viel, das heißt, sie wachsen schon ein bisschen. Am Anfang wachsen die immer gut. Hoffe ich. Hey, ein Anführer ist gestiegen. Und zwar noch ein Scientist has leveled up. Oh. Plus 15% Lead Experience. Sag her, wo bist du? Oh. Auf dem Schiepernakel. Oh, der ist jetzt auch schon level 4. No, meine zwei Science Chips sind der Urhammer. System Survey Complete. Da gab es auch viel. Was passiert als nächstes? Das fliegt da rum. Das fliegt auch noch rum. So. Sehr gut. Sie werden das zwar nicht mögen. Können das da entfernen. New Research. Frontier Clinic. Was kann das? Klickt Research Techno. Was kann eine Frontier Clinic? Produces zwei Essen und macht den Planeten more habitable. Da können wir unsere Mineralproduktion durch ein Edikt verbessern und da können wir ein Planetary Capital bauen. Das ist ja cool. Orbitalfarmen Nicht schlecht. Der Gedanke. Das ist aber wirklich definitiv das Beste. Die koloniale Zentralisation. Damit können wir nämlich unsere Dings ausbauen. Mining Stations und dann da eine Mining Station und da eine Mining Station Ach Gott. Sehr gut. Ich habe wieder Minus 10 Wie kommt das was. Wahrscheinlich das Ding kostet wahrscheinlich auch was. Oder? Schaut zurzeit nicht so aus. Irgendwas wird es schon kosten. Okay. Da im Süden können wir uns besser ausbreiten. Irgendwie da haben wir noch nichts gefunden was uns im Weg ist. Tja das war es wieder mit dem Ding. Oh Critical Resource Shortage We experiencing Critical Resource Shortage This will has a profoundly negative impact on our Empire until the situation is resolved. Wow Minus 50% Mineralien Minus 50% Research Build Speed Weapon Damage Oh Gott Das ist erschrecklich Das will ich nicht Wir brauchen mehr Energie Das macht es nicht besser Achso warte 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 wir können aber natürlich hier noch ein Space Panel hinkommen und hier können wir das auch die bringen auch drei Energie das sollte uns ein bisschen wieder höher rauf bringen aber wir sind bei minus 11 derzeit das ist mühsam wenn das so weiter geht vielleicht könnte man von unseren Nachbarn Energie handeln wir sind schon auf minus 5 ärgerlich kommunizieren wir mal mit ihnen und danach machen wir wahrscheinlich Schluss für heute auf trade deal wir hätten gerne nicht minerals wir hätten gerne energy credits wie war das schieft control ok gut und wir würden dir geben unsere start charts nicht interessant unser active sensor wird nicht besser war naja 10 jahre und unsere start charts na komm schon würdest du das tun oder muss ich ein plus sein sch mal mit klack 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 I would dearly like to visit Klaxnuckstab someday Okay, möchtest du das? Wir können dich ja durch die Straßen schleifen als Gefangener nach unserem Krieg Naja, vielleicht auch nicht Ich glaube, die sind uns noch etwas überlegen Oh, die sind Receptive uns gegenüber Hm Na gut Machen wir das jetzt? Nein, wir haben es noch nicht Gut, Ehrschaften An dieser Stelle brechen wir ab Ich speichere das Spiel Nein, was heißt ich speichere das Spiel? Resume das Spiel Ich breche einfach nur die Übertragung ab Ich wünsche euch Einen schönen guten Abend Ich werde auch das Spiel unterbrechen wahrscheinlich Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen Und schlaft gut und taumt was Schönes Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder Bis dann, ciao